so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video so leute und herzlich willkommen zu einem heute gibt es die schokalino aus der röder kids edition ja hier mit dem pyro liebhaber hier haben wir eine neem von stehe gar nicht drauf doch 20 gramm auf vier stück verteilt also fünf und der büro liebhaber wird das jetzt mal aufreißen also reicht das etikett so sehr schöne teile die sehen geil aus ne aber das ist so ein bisschen das whistling powder schon raus danke röder geld für die fünf euro was ich kann nix so geil ohne weg und jetzt gleich noch zwei schlagen aber für zwei euro was ich war erst vorher an ist ein gesichtsausdruck doch hatte ok zwei euro unbedingt die kaufempfehlung leute wenn ihr mal bei röder bestellt richtig richtig geil also euch Bis zum nächsten Mal.